Welt 3, Level 6. Bergpass Sprint. Was? Bergpass Sprint? Oh, das ist das, was man im Trailer sehen konnte mit dem Rennen. Erinnerungen an Mario 64. Hä, cool. Oh, fuck. Als Peach ist das etwas heftig, aber es geht schon. Ich glaube, ich habe alles verpasst, nur weil ich durchrasche, aber es ist nice gemacht. Okay, sag mir bitte nicht, dass... Oh, okay. Dass hier irgendwo auch noch versteckte Teile gibt, weil das wäre etwas fies gemacht. Da ist eins, aber... Na, okay, gut, ich mache das jetzt mal schnell. Ah, ich muss ihn einfangen. Das ging ja schnell. Das ging ja wirklich schnell. Und wir haben den ersten Stern verpasst, also muss ich mich dann beeilen und den ersten Stern nochmal suchen. Und den Stempel haben wir. Ja, Mann. So machen wir es. Like a PB-Style Bows. Verdammt, und wir kommen da nicht hin. Na, okay. Den ersten und dritten müssen wir nochmal holen. Aber richtig nice gemacht. Ich glaube, das ist einer der ersten Strecken gewesen bei Mario Kart 64. Und 60. Nein, bei Mario Kart. Auf dem SNES. Diese Blöcke erinnern mich nur daran. Diese Rot, Gelb, Grün, Blau. Diese Blöcke... Ah, ein Hasenstempel. Supia. Supia. Supia, genau. Der erinnert mich halt nur an dieses Mario Kart Rennen. Also, wir sehen uns gleich beim ersten wieder. Also, ja. Bis gleich. Ah, hier war der Stern. Ich hoffe, ihr habt ihn gesehen. Den ersten Stern. Wir sehen uns gleich beim dritten Stern wieder. Hoffentlich kann ich ihn bekommen. Ah, verdammt. Okay, bis gleich. Oh, ich muss nicht mal die Pfeiltaste gedrückt halten. Nice. Gefangen. Und man muss nicht mal die Pfeiltaste gedrückt halten. Schaut, ich lasse... Ich drücke gar nichts gerade. Nur die Sprint-Taste. Mehr nicht. Nice. Wirklich. Er macht alles von alleine. Oh, als könnte er das nicht schaffen. Pam. In your face. In your face. Gewohne. Like a boss. Like a boss. Like a boss. Schön. Schön. Bis jetzt alle Stempel und alle... Dings, Bungs, Dunks, Sterne auch noch gefunden. Nice. Nice. Wir gehen jetzt hier in Welt 3-7. Hin und her im Schaltertal. Ich habe Schlachtertal gelesen. Das wäre etwas absurd. Hin und her im Schaltertal. Bitte, Peach. Okay, Toad. Toad ist auch nice. Hoffe ich. Was ist das für eine Bank? Okay. Gibt es da ein Item? Bitte. Nein, eine Munze. Oh, das ist der Schmarrn. Hoffentlich bekomme ich alle Münzen dadurch. Weil wenn nicht, dann wäre ich ziemlich... Traurig? Was ist das? Was ist das? Das war ein Gegner? Ich habe einen One-Up gefunden. Ist da oben noch was? Nein. Nein. Dann machen wir es so. Ich will aber... Äh, ich will mein Item haben. Hier, nimm das, du Bähnchen. Ich will keine Bähnchen und Bühnchen spielen. Nein. Nein. Ah, wow. Okay, zeig mal. Da ist mein Ziel. Da unten, okay? Kann man den Stempel sehen? Da kann man nur Zeit sehen. Man kann nichts sehen. Was ist denn das für ein Schmarrn? Ey. Yo, verbischt dich. Oh, komm her. Hier gibt es alle Münzen. Puh, erste Session und ich sterbe nicht gleich beim ersten Versuch. Bibi, du hast es doch noch drauf. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Oh man, der Kleine nervt. Und ich glaube, der altbewährte Trick mit dem Wasserfall... Was? Da ist nix. Was? Äh, verbiselt euch. Warte, was ist denn das? Da ist ein Eisblock. Hä? Ein Eisblock, wo nix gut ist, aber okay. Hä? Irgendwas zu... Suspicious. Jetzt mach hinne. Jetzt mach hinne. Oh, ein Stern. Oh, gib der her die Power-up. Warte, das für ein Monster. Was? Boah, kaputt gemacht. Nice. Da ist aber was hinter dem Wasserfall. Ich seh's doch. Oder hinter dem hier, bitte. Was? Wieso kann da nix sein? Ich hab noch gar keinen Stern. Gar nix. Dann fahren wir eine Runde. Eine Runde fahren wir. Oh, toll. Die Kamera kann man auch nicht drehen. Ja. Wollo. Äh, falsche Richtung, aber okay. Hoffentlich bekomme ich jetzt mal irgendetwas. Ich hab gedacht, hier ist irgendwo ein Stern gewesen, aber leider nein. Oh. Nicht mit mir, mein Freund. Moment. Ich glaub, hier muss etwas sein. Bitte. Okay. Okay. Bis jetzt alle Münzen. Uh. Alles eingesammelt. Und da unten ist wieder was. Gib her. Ach, brauch ich nicht. Aber das war der erste, erst. Der erste Stern. Boah, warte. Heel. Warte. Heele. Warte. Heele. Da, ich drücke dich. Ich halte dich. Ich halte dich. Und klatsche dich. Was? Ich kann den Schalter auch so drücken? Nice. Mit meinem Pad kann ich ihn einfach drücken. Oh, Mann. Das war schade. Aha. Ein paar Münzen. Gibt's hier noch was? Nö. Okay. Gehen wir weiter. Okay. Okay. Ich will aber nicht schon wieder die Blume. Nein. Wuhu. Ich opfere mich für ein Item. Man sieht es. Da ist etwas. Irgendetwas ist unterm Wasserfall. Ah. 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 Was ist da? Ah. Was passiert hier? Nein. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to die. I don't want to die today. Peace, bitch. What the heck is going on here? No, I'm not screaming like a girl. I'm not a girl. Ah, ich kann da hoch. Dann sag mir bitte, dass da ein Stern ist. Yes. Gut geopfert, PB. Gut geopfert. Was? Für den dritten Stern? Ja, Sarius? Ja, Sarius Black? Ja, Sarius Black? Ernst duft. Ah, ich hab den Stempel dafür. Aber mir fehlt der zweite Stempel. Äh, der zweite Schattern. Und den werde ich noch bekommen. Indem ich jetzt offscreen suchen werde. Beziehungsweise onscreen. Aber naja. Wo kann der nur sein? Wir werden es gleich sehen. Bis gleich, Leute. Was ist das? Na, okay. Na, bevor wir da reingehen, gehen wir erstmal zum schönen Pilz-Tothaus. Zum Steghaus. Ich brauche ein paar Rübchen. Ich nehme diesmal das Grüße. Oh, nice. Tanuki. Und Glocke. Oh, haha. Dann weiß ich, was ich jetzt benutze. Tanuki. Yes, I love it. I love it, yeah. Good. Beautiful. Ah, ah. I love it, yeah. Nichts denken. Ich habe keinen Anfall gerade im Moment. Nein, gerade nicht. Also bis gleich beim zweiten Schattern. Ah, man kann sich hier ducken, Leute. Habt ihr es gesehen? Das war ganz einfach. Man musste sich hier nur ducken. Mehr nicht. Ja, jetzt muss ich nur bis zum Ende bestehen. Also bis gleich, Leute. Schiedelü und büüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.